Servus und hallo, sagt der DJ Niko und ich freu mich, dass ihr euch gesagt habt ihr mit dabei seid. Big Ambitions steht an, ja. Und ich bin immer noch ganz donnergerührt vom letzten Umsatz. Das muss ich ehrlich gestehen. Also das hat mich so mitgenommen, ganz im Gegenteil, abgeholt. Also dieser Eastside, glaube ich, das ist ja wirklich der Wahnsinn. Daran hätte ich nie gedacht, dass der also nochmals... Oh, Entschuldigung. Hoppalei, Verzeihung. Habe ich einen kurzen... Austria hier loslassen, Entschuldigung. Ja, also hätte ich nie gedacht, dass dieser Klub hier, also das ist ja ein Wahnsinn, der macht ja fast dreimal so viel Umsatz wie Jules Mittag. Und wir werden das jetzt ein bisschen beobachten, was da so passiert. Dann werden wir den ein oder anderen Kundendienst natürlich da noch einteilen. Ich glaube aber, behaupte mal, dass man eigentlich überhaupt gar nicht so viel machen muss. Aber da will ich jetzt auch nicht zu viel glauben, hoffen, was weiß weiß ich, hineininterpretieren. Wir lassen das jetzt mal noch ein bisschen arbeiten noch dazu, weil in drei Tagen ja jetzt die Steuer kommt. Und das ist eigentlich das, was am meisten mir irgendwie kratzt. Deswegen gleich eine Pause raus, damit es weitergeht. Und ich würde dann echt einmal gern die Steuer abwarten. Jetzt werden wir zuerst einmal was essen. Und dann werden wir uns in ganzer Ruhe überlegen, wie es weitergeht. Oder was wir jetzt dabei mal machen, bis dann die Steuer mal da ist. Und dann können wir was reinmachen. Es wäre natürlich total fahrlässig oder grob fahrlässig, wenn man sagt, ja, also ein zweiter Club würde man ausschließen. Wollte man eigentlich nicht. Also ich würde zwar tatsächlich dazu tendieren, jetzt eventuell nochmal einen Club aufzumachen. Ich habe ja immer noch auf meinem Zettel stehen. Wer ständig zuschaut, weiß, es gibt den berühmten Zettel, der neben mir liegt, wo ich immer meine Notizen mache. Und ja, also wir wollen noch ein Modeladen in, und jetzt habe ich neulich schon gesagt, ich kann meine Schrift nicht mehr lesen. Ich muss jetzt einmal nachschauen. Und zwar, da schauen wir nach. Nein, da schauen wir nicht nach. Da schauen wir nach. In Murray Hill, soll das wahrscheinlich heißen, oder? Äh, nein. Midtown? Nein. Muss ich nochmal nachschauen. Irgendwas mit M. Aber unglücklicherweise gibt es da zwei Sachen. Haben wir ja nochmal ausgesucht. Irgendwo Mode in, können wir mal schauen. Mode, Garment, Murray Hill haben wir es. Zweimal in Hell's Kitchen, ähm, Midtown. Eigentlich logischerweise Midtown, weil da haben wir noch gar keinen. Aber irgendwie schaut das nicht nach Midtown aus, was ich da aufgeschrieben habe. Total verrückt. Total verrückt. Ähm, nein, es war, jetzt war es mir rein. Genau, das war irgendwie das, wo ich gesagt habe, das ist so ein bisschen, da gibt es dieses Misch, Oberschicht, Mittelschicht, Arbeitergleich. Ja, ja doch. Es war eigentlich dann schon Murray Hill, weil da haben wir eben noch keinen Laden. Ja. Ja. Ähm, aber jetzt nochmal zurückzukommen zur Disco, also, oder zu unserem Club. Ähm, es wäre ein Wahnsinn, das nicht zu machen. Ich habe mir im Workshop noch ein, zwei wirklich coole Clubs runtergeladen, weil das selber einrichten, das dauert mir wirklich zu lang. Und der Supermarkt steht ja auch noch aus. Den würde ich auch noch machen. Auch da habe ich mir einen runtergeladen, das ist der Hammer. Äh, da würde ich wahrscheinlich Wochen und Monate brauchen, bis ich das so sehr einrichten kann. Dann folgendes. Ich würde den Eastside Club umbenennen. Äh, jetzt werden gleich Oli, was? Was macht er denn jetzt? Ja. Ich würde den umbenennen, und zwar in Westside Club. Warum das? Genau, weil der nämlich im Westen der Stadt ist. Na, links, also Westside, Westside Club. Und würde dann gerne auf der anderen Seite von der Stadt den Eastside Club aufmachen. So. Ich glaube, dass es völlig scheißegal ist den Leuten, wie der heißt. Aber so kann es mir ich besser merken. Das ist jetzt der Westside Club. Und dann brauchen wir hier irgendwo auf der anderen Seite hier einen Eastside Club. Haben wir denn irgendwie was frei, was wir mieten können? Schauen wir mal. Das ist mir jetzt eigentlich gar nicht so wichtig. Wo? Ich weiß jetzt nicht, ob durch das, dass es mithauen ist, dass da besonders viele Leute kommen. Kann man kaum vorstellen, dass es damit zusammenhängt. Also brauchen wir da einen Einzelhandel. Aber hier wird es wahrscheinlich mit 1000 Quadratmetern wird es hier schlechter. Also wenn, dann machen wir schon einen richtig geilen großen Laden auf. Generell schaut es immer, ah, hier unten hätten wir noch einen 49 Verkehrswert. Wäre natürlich auch gar nicht schlecht. Und der ist auch ziemlich weit weg. Die geile Adresse hier, direkt am Hafen, wo die Luxusboote liegen. Gefällt mir gut. Gute Idee. Was kostet der? Oh, der kostet auch ein bisschen. Wahnsinn. Wenn man das bedenkt, was wir am Tag Umsatz machen, ist das natürlich nichts. Aber vielleicht sollten wir uns den schon mal anmieten. Und dann einrichten. Aber wie gesagt, es geht immer so ein bisschen darum, dass ich tatsächlich wegen der Steuer jetzt noch warten würde. Und deswegen werden wir uns jetzt mal wieder unseren persönlichen Zielen widmen. In denen haben wir ganz schön noch Nachholbedarf. Nämlich eigentlich, bis aufs Fernsehen, eigentlich alles. Und das machen wir jetzt einmal als erstes. Damit wir mal ein, zwei Tage verjubeln. Und dann werden wir mal schauen wegen der Steuer. Und dann werden wir mal schauen, dann geht es weiter. Echt ohne Schmarrn. Und mir ist das jetzt mit der Steuer, das liegt mir so auf dem Magen, weil ich halt nicht weiß, was kommt. Man könnte es wahrscheinlich überschlagen, aber wird jetzt wahrscheinlich auch nichts. Also. Wir werden erst einmal ein bisschen sporteln. So schaut es aus. Wir werden erst einmal ein bisschen sporteln und machen uns wieder fit und laden sozusagen unser Personal Konto wieder auf. Ein. Und das ist immer ein bisschen schwierig. Ich muss echt einmal ein bisschen näher gehen. So. Und dann noch eine Stunde lang. Okay, gut. Und dann hat er schon wieder Hunger, unser Spätzl. Dann haben wir schon wieder Hunger. Okay. Und dann wird erst einmal, es ist ja schließlich Wochenende, ne. Also. Dann wird erst jetzt mal gezockt, was das zeigt halt. So. Persönliches Ziel erreicht. Trainiert zwei Tage. Super. Dann wird jetzt erst einmal Big Ambitions gezockt. Und dann ist der Tag ja eh schon fast. Sehr schön. Und die Energie sinkt auch. Was können wir denn sonst noch machen? Positiver Umsatz. Das können wir im Moment nicht mehr einflussen. Wir freuen uns schon auf die Zahlen, auf die Neuen. Trainiert einen Tag. Dann gehen wir noch einmal abendlich aufs Lauf. Mit dem Ball kann man leider nichts machen. Dann würde ich eher ein bisschen Ball spielen. Aber es geht leider nicht. So. Und jetzt ist er mit seiner Energie eh schon fast am Ende. 2 Tage. 2 Tage. 3 Tage. 3 Tage. Trainiert 2 Tage. Videospiele 2 Tage. Können wir das noch ein bisschen aufladen? Schaut doch noch einmal. 3 Stunden. Ah. Okay. Auf das habe ich auch gewartet. So. Und jetzt haben wir wieder was zu tun. Also. Videospiele 4 Tage. Na super. Jetzt ist der ganze Akku sozusagen. Unser Personal Akku wieder aufgeladen. Jetzt schauen wir uns mal die Leitung. Was Sache ist. Aha. 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 Schaut sich an. Kundendienst. Jede Menge. Können wir jetzt dann gleich mehrere Läden aufmachen. Weil die brauchen wir alle gar nicht. Schlagen wir wirklich zu dann. Jetzt schicken wir alle noch mal brav in die Ausbildung. Damit wir uns dann später keine Sorgen mehr machen müssen. So. Erstmal das. Ja. Die sind eh noch ein bisschen Nachzügler. Kundendienstler. Dann. Genau. Machen wir erst mal das. Ja. Dann. Schaut es mit unserem Headhunter aus. Ah. Halt es mal. Das geht ja dann hier. Logistikmanager. Genau. Den brauchen wir nämlich auch. Da haben wir doch interessante Leute. Karl Mohler. 38. Goldkrankenversicherung. Vollzeitkritisch. Silberkrankenversicherung. Silberkrankenversicherung. Naja. Aber ist mir ja eigentlich wurscht. Wir sind ja bestens ausgestattet. Mit den Versicherungen. Der will nur Bronze. Der will auch Gold. Der will auch Gold. Eine Versicherungen. Wurscht auf einmal Olli. Dann. Stundenlohn 18. Goldkrankenversicherung. Dann werden wir den jetzt mal einstellen. Den guten Karl Mohler. Stickmanager. Da brauchen wir noch einen. Was wir noch brauchen. Ich glaube ich schon gesagt. Ist. Ach da gibt es ja noch jede Menge Auswahl. Der Wahnsinn. Der sucht aber gleich so viele Leute. Das ist ja. Aber die geben sich halt alle nichts. Alle wollen sie natürlich irgendeine Versicherung. Wo ich jetzt alle gar nicht durchschalten. Ist ja Wahnsinn. Karl Mohler. Du sollst es werden. Ähm. Wer wird da einstellen. Wer macht denn unser Headhunter grad. Naja genau. Die Reinigung. Wollte ich sagen. Wir wollten doch auch noch ein paar Reinigungskräfte einstellen. Haben wir da schon was. Da muss man ja. Logistikmanager. Hunderttausende von Logistikmanager. Das kann ja alles gar nicht mehr wegschalten. Äh. Wir brauchen schon noch einen. Bin ich gleich ganz verwirrt. Nicht unbedingt eigentlich. Oder? Eigentlich brauchen wir gar keinen. So habe ich den jetzt eigentlich eingestellt. Im Moment brauchen wir einen. Achso doch. Oder? Nein. Der Logistikmanager ist ja. Brauchen wir eigentlich gar nicht. Haben wir jetzt gemacht. Wir brauchen einen Headhunter. Das ist wichtig. Wir brauchen noch einen zweiten Headhunter. Damit wir eben hier diesen automatischen Austausch machen können. Weil die immer nur zwei Personalchefs machen können. Logistikmanager haben wir doch zwei. Mit zwei großen Lagern. Also das ist ja noch nicht einmal ausgefüllt. Das war jetzt ein Schmarrn. Seht ihr. Hab ich gar nicht aufgepasst. Äh. Tut mir leid Karl. Ähm. Du wirst wieder entlassen. Unglücklicherweise haben wir auch wahnsinnig viel Auswahl. Es ist natürlich jetzt unglücklich. Aber. Können wir mal schauen. Wobei. Hätte ich jetzt auch wieder vorher schauen können. Wahnsinn. Also. Äh. Was bitte denn? Menschenrechtsleute. Wahnsinn. Wie viele Mitarbeiter wir schon haben. Das ist ja echt krass. Ne. Äh. Irgendwo muss doch eigentlich unser Logistikmanager sein. Und tatsächlich so schauen. Logistikmanager. Isaac Butler. Ja. Carlos Kovans. Ich synes das Problem mit mir. C. D. E. 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 E Isaac Butler, da haben wir ihn doch. Er verdient 26 Dollar, ja. Jetzt fangen wir schon an. Das ist schön in Ordnung. Nein, wir brauchen noch einen Headhunter. Reinigungskräfte, Headhunter. Mehr sehe ich im Moment eigentlich nicht. Klar. Haben die Leute schon auf Ausbildung geschickt. Und 37, 38. Ja, wir hauen uns jetzt hin. Ich achte auf die Nacht. Vielleicht tut es mir ganz gut, dass wir ein bisschen länger schlafen. Elf Stunden, das tut jetzt mal ganz gut. Und wir schauen noch mal nach den neuen Umsätzen, was jetzt da abgegangen ist. In unserem Club. Samstagabend. 59.000 hat der Westzeitclub wieder gemacht. Es ist ja ein Hammer. Gut, schauen wir uns mal an. Westzeitclub wohl gemerkt, ne? Gestern, ja. Nachts ist die Bude voll. Der Kundenservice steigt. Ich weiß echt nicht, ob wir da noch irgendwie groß was ändern müssen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich da noch, also ich würde, naja, jetzt schauen wir mal. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Verdienst noch größer wird. Also, wüsste ich nicht, wie das noch klappen soll. Unsere Teacher, es ist klar, die Garderobe kostet uns eigentlich im Moment mehr, als sie einbringt. Wohl mache ich da nimmer. Also, es ist die Frage, ob wir eben vielleicht noch zwei Kassen am Wochenende besitzen. Samstag und Sonntag. Nur Samstag, Sonntag. Nein, beziehungsweise eigentlich Freitag, Samstag, Sonntag, ne? Oder beziehungsweise nur Freitag, Samstag, Sonntag. Auf Nacht kommt eigentlich keiner mehr. Wir müssen ja wieder arbeiten am Montag. Ja? Okay. 238. Tag 238. Jetzt müsste man irgendwie schauen, dass wir noch schnell die zwei Tage verjubeln. Persönliches Ziel erreicht. Positiver Umsatz, das passt alles. Erst einmal was essen, nicht vergessen. Und dann, sagen wir jetzt einmal noch drei Stunden, bis der Supermarkt aufmacht. Dann gehen wir mal ganz kurz in den Supermarkt. Und kaufen wir mal schnell ein bisschen ein. Wir haben zwar noch viel, aber man kann ja immer nicht viel genug haben. Ah, Discountmarkt, ja. Hallo, da geht's rein. Discountmarkt geschlossen. Hilfe macht er erst auf. Okay. Das könnte der neue Top-Club werden hier. Das wird dann der South-Club. Direkt hier am Hafen vor den... So cool irgendwie. Und dann noch einen Modeladen. Wir müssen jetzt gleich... Hauen wir richtig raus. Das ist ein Modeladen in Midtown, habe ich gesagt. Gell. Einen coolen Modeladen. Hier oben zum Beispiel. Hätten ein paar, die würden sich wirklich anbieten. 48, 41, 48. Und zwar wenn dann vielleicht sogar wirklich beides. Günstig. Und... Es wäre eine Möglichkeit hier unten einen Club aufmachen. Das wären Nummer zwei wirkliche Granaten. Dann hätten wir eben auch... Einen... Rude... 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 So, jetzt ist ja der blöde Supermarkt auf, hat vor einer Minute aufgemacht und schon sind ganz viele Kunden da, na so eine Zufall. Danke. So, ich weiß gar nicht, ob der Kühlschrank eigentlich ein Fassungsvermögen, na komm, eine Runde machen wir noch. Oh, da schenkt eine Werbung von unserem Club, das ist ja cool, Westside Club, geil, großes Plakat. So, ich weiß gar nicht, ob der Kühlschrank ist. So, 59 essen, damit sollte man da jetzt erstmal ins Recht kommen. Super. Ich weiß gar nicht, ob es da eine bestimmte Grenze gibt, ob man das aufladen kann. Ich glaube nicht, aber der Witz ist, dass irgendwann einfach uns der Dampf ausgeht und damit vergehen die Stunden. Zwei Tage im Fernsehen schauen, drei Tage, fünf Tage Video gespielt hat, das ist doch schon mal gar nicht schlecht. Kontakt. Wir haben ja nichts. Jetzt gibt es ein bisschen was zu tun. Endlich. Ja. 100% da. Hm? Also ich würde jetzt noch, schauen wir uns das mal in Ruhe an, nochmal. Also von 23 Uhr bis 7 Uhr in der Früh ist echt die Bude voll. Wahnsinn. Okay. Eins. Und dann stehen wir da nur für 23 Uhr bis 7. Und das reicht nicht gar nicht. Das sind dann zu viele Stunden. Naja, dann machen wir halt nicht bis um 7, sondern nur bis um 5. Würde ich jetzt echt so machen. Also 1, 2, 3 Vollzeitkräfte würde ich noch mit reinnehmen. Mhm. 3 Vollzeitkräfte. Das würde ich jetzt tatsächlich einmal so lassen. Okay. Also. Dann. Drück an die Daten. 33, 36, 52. Wunderbar. 4, 3. Wird. So. Waren das jetzt die 3? Ihr werdet jetzt beteilt dem Westside Club. Gleich richtig glockt. Wo sind es unsere 3? Da sind es. So. Gut. Kirk Marshall. Kommst du hierher. Machst mir hier die Schicht jetzt noch voll. Und dann haben wir noch die Tanja Sen. die arbeitet von 23 Uhr bis 60 Stunden. Machen wir es ganz einfach. 56 Stunden. 49 Stunden. Fast. Ja. 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 Cool. Und der Jakob Hartmann auch. So. Und mehr mache ich jetzt nicht mehr. Erst einmal. Wir haben jetzt das gesehen. Der Umsatz ist im Moment um die 59.000. Das war er gestern auch. Das ist am Wochenende. Ich schätze mal unter der Woche wird er weniger sein. Sonntag weiß ich jetzt nicht genau. Sagen wir nochmal. Ja. Der Eintritt ist ja auch. Mal schauen nochmal. Ähm. Preise. Was ist denn? Was sagt denn eigentlich zu der Preisgestaltung? 100 Prozent. Okay. Die Frage ob man sogar noch ein bisschen anziehen die Preise. Schauen wir mal. Das hochrechnet. Macht das wahnsinnig viel Geld aus. Einfach alles um einen Dollar mal erhöhen. Wochentag, Wochenende 33 Dollar. Wochentage 18 Dollar. Kann man jetzt mal so lassen. Also wir werden das weiter verfolgen. Was Sache ist. Wunderbar. Und so bleibt es jetzt erst einmal. Echt ein guter Deal. Okay. Wunderbar. Jetzt müssen wir mal schauen. Das habe ich mich beinahe vergessen. Das letzte Mal schon. Haben wir eigentlich alle eingestellt, oder? 44. Ja. Das passt schon. Die sind jetzt bald alle voll. Die können noch fünf mitnehmen. Lassen wir mal auf Reserve. Sehr schön. Und die anderen, die jetzt gerade nichts zu tun haben. Moment. Die 100%ler, die müssen jetzt leider noch warten. Und die nicht fertigen gehen natürlich jetzt. So. Wieder auf. Auf. Und wie viel haben wir jetzt? eigentlich? 3, 6, 9, 12, 13, 14. 14. An der Garderobe. An der Garderobe. Okay. Wenn wir da jetzt 15, 16, 16 Leute. So geht es einmal. Wollen wir ein bisschen kürzen. Ich glaube einen Vollzeitler wird es hier reichen. Pro Garderobe. 1, 2, 3, 4. Äh nochmal. 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16. 16 Leute und 3 DJs und 3 Reinigungskräfte. Wobei ich mir auch glaube, dass 2 auch reichen würden. Vielleicht nehme ich mir da noch eine, wenn wir da jemanden brauchen irgendwo anders. 16 Leute. Okay. Wie viel werden gerade ausgebildet? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Reicht also nicht. 7 Leute. Dann würde ich jetzt tatsächlich sagen, wir stellen nochmal 7 Leute zum 1 in der Heizhalber Kontendienst. Da haben wir es. Werden die günstigen. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10. Da haben wir es. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 4, 5, 6, 8, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 9, 10. Da haben wir es. Zeit. 59. Ist mir leider zu alt. 23. Genau richtig, der Disco. 50. Ja. Das sind auch Geldverdiener. Irgendjemand, der mal geschrieben hat in den Kommentaren, da habe ich mich echt köstlich amüsiert. Das ist ja irgendwie Altersdiskriminierung. Also Leute, ich bin auch so alt, aber mit über 50 arbeitet man nicht mehr nachts in einer Disco. Das braucht man also keiner erzählen. Natürlich gibt es viele Leute, die jeden Job annehmen, weil sie es müssen. Aber also, lasst einmal bitte die Kirche beim Dorf. So. Hier. Hier. Fünf. Zwei. Sechs. Zwei. Zwanzig Dollar ist noch. Ja. Zwei. Oh, weil sie gestimmt haben. So, oder? Willa. Bitte. 11, 23, 67. Wunderbar. Jawohl, geht es auch gleich wieder in die Ausbildung. Sehr gut. Die halbe Stunde ist leider schon wieder durch. Jetzt haben wir es wieder nicht geschafft bis zur Steuer. Es ist einfach immer viel zu tun. Ich habe es eigentlich gehofft, dass wir es jetzt schaffen. Jetzt ist es neun. Dann müssen wir das leider auf nächste Ausgabe verschieben. Wir haben wieder viel zu tun. Es ist oft natürlich im Moment nicht so spannend, aber beim nächsten Mal wird es wieder spannend. Oh ja, weil dann, sobald die Steuer da ist, hauen wir echt noch mal ein paar Läden raus. Da machen wir noch eine zweite Disco und machen unseren Modeladen. Auch da habe ich mir was Cooles aus dem Workshop runtergeladen. Das schauen wir uns auch mal an. Es passiert dann hoffentlich in der nächsten Ausgabe. Ja, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Diesmal schaffen wir das. Diesmal schaffen wir das. Es geht uns finanziell schon ganz gut. Das Spannendste bleibt jetzt im Moment tatsächlich die Steuer. Und dann hätte ich jetzt aber gesagt, zum Abschluss dieser Sendung hauen wir uns gleich hin, damit der Tag auch wieder vorbei ist. Und wir werden noch mal schauen wegen den Umsätzen. 200.000, der Gesamtgewinn, das war ja gestern auch. 300.000 Gewinn, ein Wahnsinn. Und wir schauen noch mal ganz kurz in den Westside Club. Verzeihung. Ja, es bleibt ungefähr gleich. Also tatsächlich kommen die meisten Leute, die da unter Tag so bissl. Da könnte man wahrscheinlich sogar noch Kassenkräfte abziehen. Das macht eigentlich überhaupt gar keinen Sinn. Nachts umso mehr. Wir haben aber nicht mehr verdient, oder? Wir haben jetzt marginal, also wieder 60.000, obwohl wir jetzt mehr Leute eingestellt haben. Also wir sind da schon richtig unterwegs. Danke fürs Zuschauen, sagt der Dizianic in dieser Folge bei Big Ambitions. Beim nächsten Mal geht es wieder richtig rund. Steuer, neue Läden und so weiter. Danke. Bleibt gesund, gell. Danke für ein Like, ein Abo und so weiter. Servus, fürs Zeich.